Und am 19 zu diesem, ja, etwas anderen Video. Ich habe es euch angekündigt in Insta-Story, YouTube-Community-Tab, dies, das. Ja, ich kommentiere ein Spiel. Nicht alleine, der Stamm-Kommentator ist dabei, also ich habe die Absicherung dabei, jemanden, der immer dabei ist und immer Ahnung hat, weil es geht um den Klub, nicht um den VfB, sondern es geht um Freiberg. Freiberg gegen Steinbach-Haiger, Regionalliga Südwest, also vierte Liga, auch die Liga, in der der VfB 2 zockt. Und da bin ich heute mal dabei, Tagesakkreditierung und darf, ja, mit rein in die Doppelmoderation, eine Doppelkommentation, wie auch immer. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich meine, ich kenne ja kommentieren in dem Sinne von den Streams. Natürlich noch mal was anderes, im Stadion zu sitzen mit Headset auf dem Kopf, wie es genau läuft, sehen wir ja noch. Und eben, ja, auch kein Live-Chat nebenher, das ist ja da der Unterschied. Ich habe keine Cam an und sowas. Seid live und natürlich für den Service, für Leaks.football, der natürlich auch kostet, pro Spiel, meine Streams ja nicht, ist was ganz, ganz anderes. Wie gesagt, kein Live-Chat ist dabei. Ich habe natürlich auch keine Facecam im Gesicht, was vielleicht für Infos gucken besser ist. Man hat halt nur den Ton und das Spielbild natürlich. Ich bin sehr gespannt und wir fahren mal los. Wie gesagt, kein Live-Chat ist dabei. Wie gesagt, kein Live-Chat ist dabei. Und damit Moinsen zum Hover-Voice-Part, würde ich mal sagen. Mehr habe ich nicht gefilmt. Das war jetzt der kleine Musik-Teil hier. Der peppige Teil. Jetzt sehe ich mal ein bisschen auf ganz entspannt, wie es so war. Neunter Spieltag, Regionalliga Südwest, also vierte Liga, SGV Freiburg gegen TSV Steinbach-Heiger. Man kommt da ganz entspannt an so, fühlt sich direkt heimisch, einfach so ein kleines, dörfliches Stadion. Und so doof es auch klingt, Standardsatz, Fraßenschweinsatz, aber es ist halt noch der echte, der nahbare Fußball so. Es ist persönlich sehr sympathisch und ja, kennt es ja von Ansbach. Ansbach auch Regionalliga ist alles ziemlich ähnlich, auch von der Kapazität vom Stadion her und so weiter. Wobei Ansbach, glaube ich, noch mal ein Ticken drüber war sogar, ein Ticken professioneller noch war, so vom Stadion an und für sich. Man ist dann da tatsächlich in so einer Kommentatoren-Box quasi, was auch gut war, weil es hat über die meiste Strecke vom Spiel komplett runtergestürtet oder auf jeden Fall mindestens geregnet. Wir waren trocken, es war sehr entspannt. Wie man es auch aus den meisten Stadien kennt, hattest du halt deinen mittigen Blick aufs Feld und warst halt auf der Tribüne hingesetzt, in deiner Box quasi. Drinnen war dann der Stadionsprecher, der Stammkommentator und dann ich als Gastkommentator dabei. Und man schmeißt da halt wirklich alles selbst, man schmeißt da echt alles selbst. Übertragung macht da keiner für dich. Man stellt eine Kamera auf, die einer während dem Spiel bewegt, Zooms macht, dies, das. So eine Kamera halt, ein Stativ, die ist verbunden mit dem PC, wie man es halt kennt vom Stream so über Elgato-Geschichten. Da auch dann auf dem PC, auf dem Laptop natürlich Programme drauf für Grafiken, dies, das, so die Mikrofone angeschlossen und so weiter. Und dann startet man halt auch den Stream selbst, man macht wirklich alles selbst, hat auch so ein Stream-Deck, auch hier wieder Elgato und wie man es halt so kennt von auch YouTube-Streams. Hat verschiedene Buttons für Werbung, auch mit einem Geist natürlich für Wiederholung so. Drückste, kommt in den letzten 5 Sekunden, drückste, kommt in den letzten 10 Sekunden und so. Das war echt ein ganz geiles Ding. Hat aber natürlich der Stammkommentator gemanagt das Teil. Deswegen auch da Respekt an das Team, die das immer machen, weil da muss man schon auch reinarbeiten. Weil es war ja kurzzeitig auch der Stand, dass ich ihn ja quasi für das eine Spiel ersetze. Dann konnte er ja doch noch kurzfristig wasern, was dann auch gut war, weil ich glaube, das alles so aufs erste Mal ohne große Übung. Das hätte, ja, das wäre glaube ich witzig geworden. Hat mich logischerweise natürlich auch aufs Spiel, auf die Vereine, Spieler vorbereitet, ein paar Seiten geskriptet, ausgedruckt. Und der gute Marvin, das war und das ist der Stammkommentator, hat natürlich viel mehr Ahnung gehabt. Ganz klar Geschichte, auch sehr nice gewesen. Wir hatten da so eine Magnettafel mit quasi Karteikarten zu den Spielern, mit Fakten zu den Spielern, die er immer vorbereitet hatte. Das war auch sehr, sehr geil, sehr gut zur Orientierung, weil du auch dann von der Formation her vor dir hast, wo welcher Spieler spielt. Das war sehr hilfreich. Natürlich dann auch Aufstellungen, Einwechslungen, Fakten zu den Spielern dabei, über die Saison und zwei letzte Saisons. Da sind immer so schöne Lückenfüller, sage ich mal, aber positiv gemeinte Lückenfüller. Ich bin ja auch ein riesen Fan von so Special-Fakten quasi, finde das so nice. Ich habe es auch selber versucht, es ein bisschen einzubringen, so ein paar Random-Dinger, die vielleicht nicht jeder für, ja, keine Ahnung, interessant findet. Aber ich finde es aber total geil. Haben es auch ein bisschen eingeteilt. Er hat sich vor allem auf Freiburg konzentriert im Spiel. Ich auf Steinbach, damit man sich da auch einfach nicht so dazwischen quatscht. Sie sind dann so fünf vor zwei online gegangen, spiele ja um 14 Uhr angefangen und haben da Dinge dann kommentiert. Und das war schon eine sehr, sehr coole Erfahrung. Natürlich musste sich ein bisschen einflohen. Und es ist ja auch ganz klar eben auch eine Grundsicherheit erst reinkommen, was das Sprechen angeht, was die Aussprache angeht. Spielernamen natürlich logischerweise und sowas. Und auch dieses Feingefühl einfach so, dieses Gefühl, jetzt kann ich quatschen, ohne ihm quasi beim Reden reinzukrätschen und sowas, wurde natürlich immer eingespielter von Minute zu Minute und war dann echt sehr geil. Weil über Fußball reden ist einfach immer geil so. Das ist auch recht egal, auf welchem Level. Spiel ist ganz peppig gestartet. Er hat eine große Chance auf beiden Seiten, Feldholheit aber über das ganze Spiel eigentlich für Steinbach. Dann ein bisschen Dürrephase in der Mitte der ersten Halbzeit, kurz vor der Halbzeitpause noch ein paar Chancen. In der zweiten, ja, Steinbach noch ein bisschen abgeklärter, waren auch der Favorit. Das war ja Aufsteiger, also Freiberg gegen eine Mannschaft, die durchaus Ambitionen hat zum, ich sag mal, an den Aufstiegsplätzen, Aufstiegsrängen kratzen. 53. 0 zu 1, über die starke linke Seite, 0 zu 2, dann durch einen durchaus sehr fraglichen Elfmeter in der 68. Kurios auch gelb-rot, innerhalb von zwei Minuten. 71. und 73. zuerst gelb, weil das Spiel einen Freistoß quasi verschuldet hat. Und dann, ja, Freistoß ausgeführt, Ball an die Hand bekommen. Gelb-rot dafür, das war ziemlich kurios. Und dann war das Ding durch, 0 zu 2 für Steinbach. Arbeitssieg aber verdient. Und auch der Stream war dann durch. Da war dann, das war recht, ja, recht kurz auf knapp, sag ich mal. Also kurz vor dem Spiel rein, kurz vor dem Spiel wieder fertig gewesen. Und in der Halbzeitpause liefen die Highlights durch. Da haben wir auch nicht, auch nicht gequatscht. Und hat wirklich echt sauspaß gemacht. Muss ich aber nochmal sagen, hat sauspaß gemacht. Von Minute zu Minute immer mehr Spaß gemacht, vor allem. Ich glaube, auch meinem Kommentatorenkollege fand es ganz cool, glaube ich. Danke auch an ihn, so, weil er war ja wieder da. Hätte auch sagen können, ja gut, passt, bin ich mit da. Ich mache es wieder alleine wie immer. Aber war eine sehr geile Nummer. Echt wirklich eine ganz neue Erfahrung gewesen. Das ist auch im Vergleich eben zu unseren VfB-Streams, sage ich mal hier. Unsere Match-Reaction-Streams. So gesehen besser natürlich beim VfB ist, dass ich halt die Spieler kenne. Ist ja klar. Das war ja nicht so der Fall. Natürlich auch gegen Ende wusste man immer mehr. Wie gesagt, von Minute zu Minute besser. Aber von Beginn an natürlich nicht so eine Sicherheit da, wie beim VfB oder jäglichen Bundesliga-Clubs. Cool bei Freireck war natürlich, dass man eben das Spiel mit Kommentar gesehen hat. Natürlich Nummer eins. Man sieht das Spiel bei Leaks. Das kann ich ja bei unserem VfB-Stream auch nicht machen, bunzige Inhalte zu zeigen. Und eben uns nicht. Also man hört den Kommentar und sieht das Spiel und sieht uns nicht. So kommt man ganz entspannt auf Zettel gucken, Zettel durchschauen und so weiter. So was käme, glaube ich, wenn man eben nur meine Facecam hat beim VfB-Streams. Irgendwie ein bisschen komisch. Und natürlich ist der Anspruch anders. Ohne jetzt zu sagen, dass ich beim VfB keinen Anspruch habe, so bei mir auf YouTube. Aber das ist halt dieser Leaks-Leaks-Football-Stream kostet halt sieben Euro als Einzelspiel. Irgendwie fünf Euro, wenn man so eine Saison-Abo hat. Das ist halt nicht kostenlos, wie meine YouTube-Streams oder die YouTube-Streams. Waren 90 Zuschauer beim Leaks-Stream, wenn ich es richtig im Kopf habe. Tatsächlich also ähnlich oder teilweise, je nach Gegner auch einen Ticken weniger als bei unseren Streams. Und natürlich auch ein Unterschied natürlich. Aber wie gesagt, 90 Stück, die gezahlt haben. Das ist auch der dicke Unterschied. Und eben der Unterschied auch, dass es keinen Live-Chat gab. Das war somit das Krasseste. Kein Feedback natürlich irgendwie, kein direktes Feedback über Livestream-Chat. Keine Fragen auch, weil, seien wir mal ehrlich, ich beschäftige mich eigentlich den Hauptteil von unseren VfB-Streams mit Fragen beantworten aus dem Chat. Weniger Kommentator quasi. Das war natürlich auch ein dicker Unterschied. Im Stadium waren, glaube ich, 610 Leute Zuschauer am Start. Es gibt auch eine Fangruppierung bei Freiberg. Das war auch einfach ein anderes Feeling. Einfach ein cooles Feeling in dieser Box. Man bekommt natürlich einen Stadionsprecher mit, der natürlich die Ansagen macht. Immer wieder Einwechslungen, Tor und so weiter. Natürlich auch die Drommeln, die Stimmung so ein bisschen. Links von uns war es. Das war schon was Besonderes. Also wie gesagt, war ein saukooles Leben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank natürlich an den SGV Freiberg, die das ermöglicht haben. Und natürlich vor allem an meinen Kollegen vom SGV Freiberg, der das mir ermöglicht hat, der auf mich zugekommen ist, erste Bock zu kommentieren. War ein sehr, sehr geiles Ding. Viel, viel Glück und Erfolg an die Mannschaft. Hoffentlich bleiben die drin als Aufsteiger in der Regionalliga Südwest. Bei denen auf dem YouTube-Kanal ist auch verlinkt. Und kommen auch die Tage, kommen immer recht zackig, glaube ich, ein, zwei Tage nach dem Spiel meistens, kommen auch die Highlights online. Und das dürfte, soweit ich weiß, dann ein Zusammenschnitt sein, eben ein Haller-Zusammenschnitt aus eben diesem Leaks.Football-Stream. Also mit dem Kommentar, den wir gemacht haben. Mein Stammkommentator Marvin und ich zusammen. Also werde ich da auch zu hören sein, falls ich das irgendwer geben will. Da gibt es das dann kostenlos. Haben auch während dem Spiel zum Beispiel, hat er immer wieder die Highlights auch schon reingeschrieben, quasi ins Skript, ins Programm oder sowas. Auch das, wie gesagt, man schmeißt da alles selber. Krasse Nummer gewesen. Ich werde nicht abgehangen, so etwas nochmal zu machen. Also wir sind direkt bei Freiberg oder so. Aber vielleicht, wenn es sich irgendwann nochmal irgendwo eine Möglichkeit ergibt, Kommentator oder sowas in die Richtung, macht schon Spaß. Das ist ja auch das YouTube-Ding, was sich hier mehr oder minder macht. Das ist ja auch ein Teil davon. Und natürlich, was es auch mitgibt, ist sehr viel Hype und sehr viel Bock auf unsere VfB-Livestream. Das ist auch eine ganz klare Geschichte. Vielleicht können wir da auch das Level nochmal einen Ticken anheben, was so das reine Kommentieren angeht. Wäre schon ganz geil. Habe ich Bock drauf. Kommt dann auch demnächst ja gegen Wolfsburg wieder der erste Livestream, Matchreaction-Livestream zum VfB seit langem dann wieder. Danke fürs Zuschauen. Da ist gerne das große Abo da. Falls ihr es nicht getan habt, natürlich auch gerne bei Freiberg. Da mal abchecken. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020